recht herzlich willkommen zur 57 folge von europa universales 4 mit england ja hier haben wir letztes mal noch schiffe aufgegeben die jetzt leider nicht mehr da sind wenn man gespeichert hat keine ahnung warum das so ist aber dann verliert er das immer geben wir da noch mal ein paar aufträge rein lassen das spiel auf jeden fall noch laufen und dann kriegen wir da noch mehr das ist klar und jetzt kriegsgrund verloren das ist aber nicht so wild an das war flotte anführer hat man hier noch gemacht letztes mal der müsste sein ja ist er auch 212 genau gucken wir gerade über einen großen ozean wie es hier drüben aussieht da hatten wir ja hier oben sind wir noch nicht ganz durch das geht aber fast von alleine und hier unten haben wir noch unkolonisiert und da sollten wir ein polonisten senden okay weil ich schlechte nachrichten das ist jetzt die dingens runter stabilität runter gegangen mary erste holland 043 naja das ist auch nicht so doll jetzt mit unser land jetzt leiten ok staatsehe akzeptieren wir natürlich wieder hier ist es fast durch oder wie sehe ich das oder 77 das kann nicht mehr lange dauern und dann wird das themen wieder zugeschlagen die haben wir aber schon einen drinnen jetzt naja und kolonisiert man ist das werde ich immer wieder dinge für 992 in der nächsten runde ist das erledigt ok und dann wird das den zugeordnet hier so wie man sieht sehr gut immer prestig dazu gekriegt aber wahrscheinlich auch wieder weniger naja hier sitzt das da offen keine ahnung ich bin mal kurz rein geguckt global nicht gefördert ist auch klar wenn es geschichte nähe das will ich jetzt nicht sondern ich möchte dann doch mal gerade da rein gucken wie sind das jetzt hier okay da läuft das jetzt überall an uns natürlich als letztes ist klar fördern kann man das nicht kostet 576 das ist ein batzen geld wenn man das jetzt hier fördern könnte wäre das interessant aber 0 30 monatlich dazu ist das hier böse eifer ok ja so jetzt ist das hier rot geworden ok jetzt habe ich das dann aber noch anders wir können das auch hier machen dann passt es wieder gut das läuft noch alles hier haben wir ein warte mal da ist jetzt die mary mit 56 dran geht kein nachfolger das ist schon mal schlecht das sieht nicht gut aus und hier haben wir noch was ok machen wir frankreich wieder als rivalen und ok geld 6 67 1 79 da wie sieht es mit korruption aus 0,0 dann würde ich das aber gerne einen tacken so machen hoffen dass es dann das war es jetzt nicht so sieht es doch ganz gut aus und die regler sind ja alle rechts genau das passt was haben wir hier verbesserung der marine oder kosten über den plus zehn machen wir so das kann weg das ist jetzt 6 ja weiter gucken sieht das hier aus 289 14 dann schöpfen wir ab oder aber das schreibt man ja ab hier na 6 14 und stillstand gegen utrecht ist beendet hier war die handelskiste auf haben wir denn hier so sind nur zweitgrößter hier mit 23 prozent burgund ist noch davor was das neufundlands meinung über großartig um 30 geändert okay das ist schön das ist unser saal oder unsere kolonie da sind wir mit 40 prozent zugange das ist sehr schön also wir sollten vielleicht mal gucken dass wir hier diese länder rein noch kriegen da kann man mal unsere truppen da mal hinschicken was da so los ist die politische card hätte ich gerne wieder die holländer ne prestig können nicht verlieren das doof und der bund holland hat die unabhängigkeit erklärt ok skandal am unterhausabgeordneten das ist jetzt hier die niederlande war ja gehört dazu so besetzt das hier wo rund ist da drinnen ok da wollte ich gar nicht hin aber doch das machen wir gerade das hier aber da müssen wir unbedingt was tun dafür haben wir ein bisschen geld dann lass uns mal das gerade angucken da war der anwicklung eine entwicklung war das nicht häuser waren das steuereinnahmen das geht kennt geht auch dann ist das geld weg aber die monatliche summe müsste jetzt dann gestiegen seine oder steigt dann ok die holländer sind jetzt hier verbinde mit großbritannien und ferrara aber wir sind nicht im krieg mit denen dann und der moral ist da dem auch noch hier kann man so lassen hier war es interessant naja ok warum die holländer jetzt auch ein paar namen weiß ich nicht aber das licht bestimmt an unserem königshaus na baukosten minus dann machen wir das ja 47 haben wir da kommen wir jetzt noch nix tun da müssen wir bald was tun also da oben haben wir jetzt unsere haben wir dann kriegsrund gegen die ist gestorben ok noch einer zwei gestorben haben wir keinen anspruch darauf den müssen wir dann fingieren genauso wie hier oben die fahrröhre auch nicht das wollen wir dann noch hinkriegen wenn sie die außen europäischen raum vertrieben die norweger sind dann nur noch hier ich glaube da dort und dort kann man hier in anspruch schon drauf naja man nicht da müssen wir gucken dass es hier vorangeht wie weit sind wir hier 277 das nicht viel 84 wir können irgendwo was machen und bittung der see rechts ja machen wir 5 prozent mehr handel paris super direkt dabei tragen wir mal gerade pause da kriegen wir ein bisschen geld ändert sich sowieso nix das ist gut preis nicht paris preis für getreide treidewein und fisch geht runter salz und pelze geht hoch das ist gut für die kolonien das ist gleich soweit korruption steigt da müssen wir dran tun so ist besser 5,99 da ist auch nichts tolles naja lassen wir weiterlaufen das müsste gleich ja dann hier hoch springen müssten holland erbt den thron von barbant oder wie das so barbant war hier ne ok zwar noch kolonisten mehr und die reichweite höher aber das bringt uns jetzt nicht mehr viel gegen reformation wird entfernt und holland wird gerade groß hier das recht norwegen und aragon verbindet das ist schon interessant so mein kein krieg und das ist aber alles von burgund besetzen vorwunden ist aber auch nicht gerade da das entscheidende 15 am ne das machen wir nicht da können wir was investieren jetzt die schild zöpfen ok die kanonen besser geworden große oder kleine offensiv moral und sie fernkampf schwierig die große sieht das hier aus 59 50 beitrag erbitten 10 mal super ändert alles ja 10 loyalität verlieren war dann ist das 49 das wäre nicht das ding machen wir mal ne das lohnt sich was haben wir hier spende müssten wir dann geben das ist schlecht brauchen wir nicht klerus erlangt zehn einfluss staats eher akzeptieren wir mal mit das auch immer die haben den da unten ganz schön was weggenommen ne die vorrunde gut frankreich den krieg erklärt abgelaufen und hier werde ich schlechte nachrichten und das lag daran 514 20 ok keine ahnung wo der herkommt gut weiter laufen lassen korruption steigt schon wieder hat kann ich sein also das bauen aufstand bürgerkrieg hier ist ganz schön runter gegangen ne ok ok stabilität erstmal erhöhen das ist nicht mehr weit hin dann vier jahre müssen wir gucken dass das besser wird friesland da sind zwei schiffe die dann vielleicht dahin sollten und jetzt da unten raus kam weiß wieder keiner und wie sieht das hier aus anspruch fingieren war das waren jetzt welche land ok dann haben wir noch ferien die gehen aber noch nicht mehr oder ne da müssen wir noch weitermachen die zusammenführen fernod noch genau fernod noch wie sieht es hier drüben aus 580 die sind jetzt nicht viel stärker geworden nachdem wir das hier gekriegt haben ne gut da gibt es pelze und da gibt es norwegen so nein ok das sind wir geschafft war ja auch nicht so schwer die 30 stehen da so wir wollten gerade mal gucken was wir da tun müssen wenn Provence zieht dann mit rein und wir sind aber alleine die sind hier unten vertreten aber auch nicht so stark ne ja müssen wir dann mal gucken ne aber ich würde sagen für die Folge soll es auch erst wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann Untertitelung des ZDF, 2020